Der ukrainische Präsident hat Donald Trump herausgefordert, seinen Plan zur Beendigung des Krieges zu präsentieren. Trump hat wiederholt erklärt, dass er im Falle eines Wahlsiegs den Konflikt vor seiner Amtseinführung im Januar lösen könnte. Allerdings hat er keine Details dazu bekannt gegeben, wie er dies erreichen will. Volodymyr Zelensky sagte, der mögliche republikanische Kandidat solle seinen Vorschlag offenlegen und dabei die Souveränität der Ukraine nicht verletzen. Wenn Trump weiß, wie er diesen Krieg beenden kann, sollte er es uns heute sagen, sagte er in einem Interview mit Bloomberg Television. Wenn es Risiken für die Unabhängigkeit der Ukraine gibt, wenn wir unsere Staatlichkeit verlieren, wir wollen darauf vorbereitet sein, wir wollen es wissen, sagte der ukrainische Präsident. Zelensky erklärte, er sei potenziell bereit, Trump zu treffen und die Pläne seines Teams zu hören. Der ehemalige Präsident Trump hat wiederholt Erklärungen zum Krieg in der Ukraine abgegeben und behauptet, er sei der einzige Mensch, der ihn innerhalb weniger Tage beenden könne. In der letzten Fernsehdebatte mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden machte er erneut dieselbe Aussage, während US-Medien berichteten, dass sein Team bereits einen Plan für die Ukraine habe, dessen Details jedoch nicht veröffentlicht wurden. Dennoch wird spekuliert, dass der Plan territoriale Zugeständnisse der Ukraine beinhaltet, was Präsident Volodymyr Zelenskyy kontinuierlich ablehnt.